Musik Oh Mann, oh Mann Ich bin so müde Und ich hab heute gar keine Lust in die Kita zu gehen Aber irgendwas, irgendwas ist noch heute Irgendwas war noch heute Hab ich heute Geburtstag? Na, ich glaube nicht Oder hat heute Emma Geburtstag? Oder Hannah? Irgendwas, was war doch heute? Das kann doch nicht sein Ich muss mich doch dran erinnern Gestern Abend bin ich doch so eingeschlafen Ach ja, jetzt weiß ich's wieder Heute ist der Tag der Unterhose Und das heißt, man muss den ganzen Tag mit der Unterhose rumlaufen Und das ist gar nicht peinlich Weil alle anderen auch mit Unterhose oder Unterwäsche rumlaufen müssen Deswegen, also, ja, das wird ein super Tag heute Tag der Unterhose Yeah, 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 yuppie Tag der Unterhose Oh Mann, also, es sollte viel mehr so welche Tage geben Tag der Unterhose Tag des Pullovers Tag der schönen Haare Dann würde ich jeden Tag gewinnen Ja, bei Tag der schönen Haare würde ich jeden Tag gewinnen Die liegen ja schon wieder perfekt heute Hey Hannah Hey Hannah, steh mal auf Steh doch auf Hannah Hey Julian, was ist denn mit dir los? Wie, was ist mit mir los? Was ist eher mit dir los? Warum hast du noch deine normalen Klamotten an? Warum hast du nur eine Unterhose an? Hallo, heute ist Tag der Unterhose Das weißt du doch Naja, wir sehen uns gleich unten beim Frühstück Und nicht vergessen, heute ist Tag der Unterhose Oh Mann Ich glaub, der hat wieder schlecht geträumt Ich geh doch nicht in Unterhose zum Frühstück Hey Emma Emma, steh doch auf Was schläfst du noch? Aufstehen Was ist los Julian? Emma, jetzt du auch nicht bitte Steh auf Emma, du hast auch noch deine Sachen an Heute ist Tag der Unterhose, weißt du das nicht? Tag der Unterhose? Ja, da muss man mit Unterwäsche rumlaufen den ganzen Tag Aber jeder, deswegen ist das dann auch so witzig und nicht mehr peinlich Teil Das wird ein super Tag Aber ich glaub mit dem Skateboard die Treppe runter, das ist nicht so gut Ach nee, Mama hatte auch schon wieder nichts Mama, Mama, was ist los mit dir? Was ist? Julian Was lachst du Mama? Heute darfst du nicht lachen Heute ist Tag der Unterhose, da ist das nicht peinlich Tag der Unterhose? Ja, natürlich und ich versteh gar nicht, warum ihr alle eure Sachen anhabt Also, heute ist Tag der Unterhose, Mama Ich glaub, da hab ich was verpasst Ja, kein Problem, jetzt wisst ihr es ja Also, Unterwäsche an, ne? Und dann hat jeder hier, kann der Tag der Unterhose beginnen Oh, das wird so lustig heute Ach, manchmal versteh ich Julian nicht Tag der Unterhose? Hab ich noch nie gehört Der holt sich noch eine Erkältung, der Junge Oh, Papa Papa, Papa Was ist denn Julian? Ah, Julian Julian, du darfst mich doch nicht so erschrecken Sag mal, warum hast du nur deine Unterhose an? Hat dir Mama deine Sachen nicht gewaschen? Doch, Papa, doch Aber heute ist doch Tag der Unterhose Sag mal, was ist denn mit euch los? Tag der Unterhose? Oh Mann, die Jungen von heute Julian, ich glaube nicht, dass es so einen Tag gibt Oh, selbstverständlich, Papa Oh Mann, ey Normalerweise ist es ja immer ganz peinlich Wenn man irgendwo mit Unterhose gesehen wird oder so Aber heute ist Tag der Unterhose Und da ist das einfach nur witzig Weil jeder halt so rumläuft Oh, was ist denn los mit euch? Mama, Mama Ich muss auch meine Unterhose anziehen Ja, Emma, genau, genau Oh, du hast ja immer noch nur eine Unterhose an Emma, lass doch den Quatsch Mama, hilf mir Ich komme nicht aus meinem Strampler raus Du, Claudia Tag der Unterhose? Was soll das schon wieder? Hast du ihm das etwa gesagt? Natürlich nicht Der Junge kommt einfach selbst auf solche Ideen Ist doch ganz lustig Ja, lustig Aber der kann doch nicht so in die Kita gehen Da lachen ihn doch alle aus Oh, Julian Julian Ja, was denn? Was ist denn? Julian, bitte zieh dir jetzt etwas an Wir wollen frühstücken Oh Mann, heute ist doch Tag der Unterhose Oh Mann, ey Mama, ich möchte jetzt auch endlich Tag der Unterhosen feiern Ach, mach doch da nicht mit, Emma Das ist doch Quatsch Das hat Julian sich nur ausgedacht Oh Mann, die verstehen gar nichts Die wissen gar nicht, wie man Spaß hat Oh Mann, ey Aber Ich weiß was Ich werde denn jetzt Eigentlich wollte ich Doch, doch Ich werde so in die Kita gehen Oh Mann Kein Toilettenpapier Mein Lieber So, ich gehe jetzt in die Kita Julian, jetzt hört der Spaß aber auf Wieso denn, heute ist Tag der Unterhose Fieh dir etwas an? Nö, nö Ich bin jetzt weg Heute ist Tag der Unterhose Und das feiern wir in der Kita auch So Mama, wir müssen das auch feiern Tag der Unterhose mit Bonfetti Eine richtige Party Emma Das ist einfach nur Unsinn, was du jetzt schon wieder machst Typisch Julian Also Hanna, den Zirkus kennst du ja Beim Casting warst du ja auch dabei Und hier trainieren wir auch jedes Mal Hier mitten in der Manege? Ja, ja, genau Hier einfach drinnen Also ich muss auch schon hier lernen Wie man Handstand und sowas macht Guck mal, guck mal Guck mal, Hanna Wie gut ich schon bin Wow, Dave Das sieht echt toll aus Oh Mann, ich bin so beeindruckt von Dave Das ist schon viel besser geworden Noch viel besser als in der Schule Ja, hast du es gesehen? Oh, oh, oh Ich glaube, das war gerade nicht so gut Dass ich den Kopfstand jetzt schon gemacht habe Irgendwie ist mir komisch heute Ach Dave, was ist denn los? Weiß ich nicht, weiß ich nicht Ist dir schlecht? Ja, ein bisschen Aber es kann auch durch den Kopfstand jetzt gerade sein Aber sonst hatte ich das bisher nie Das ist komisch Naja, egal Geht wahrscheinlich gleich wieder weg Ich muss jetzt weiter üben auf jeden Fall Und du darfst natürlich zuschauen, weißt du Dave, wenn dir schlecht ist Willst du dich nicht kurz da vorne hinsetzen? Nein, es geht eigentlich Hanna, ich muss weiter üben Ich muss einfach weiter üben Der Auftritt muss perfekt werden Ich mache jetzt mal ein paar Liegestütze und so Na, siehst du? Ach Mensch, Dave Ich kann schon wieder den Kopfstand machen Überanstreng dich doch nicht Nein, mache ich nicht Wow, 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 wow Also das ist mir schon lange nicht mehr passiert Normalerweise kann ich den Kopfstand hier auf dem Boden perfekt Irgendwie komisch Also ich weiß nicht, warum das passiert ist Das passiert mir eigentlich nie Komm, Dave, ich helfe dir hoch Ja, danke Hey Ah, Hanna, du bist ja heute auch da Hi Äh, seid ihr bereit? Dave, bist du bereit für heute? Hallo, ja, ich bin heute auch mit dabei Hi Ich schaue zu Ist doch kein Problem, dass sie heute dabei ist, oder? Nein, nein, ist überhaupt kein Problem Dave, fühlst du dich dann bereit? Ja klar, immer Hallo Hi, Hanna Du kannst dich am besten auf die Tribüne setzen, wenn du möchtest Okay, mache ich So, Dave, und wir starten direkt durch Der Auftritt, äh, ist nur noch ein paar Tage hin, ne? Weißt du Ja, ja, ich weiß Ich will mich auch unbedingt perfekt vorbereiten Von hier kann ich gut zuschauen Ach, Dave macht das so toll Okay, Dave Du weißt, was die erste Übung hier bei uns ist? Ja, ja, ich weiß Kopfstand auf dem Boden, oder? Genau Dann fangen wir an Hm Hm, 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 Dave Das sieht eigentlich normalerweise besser aus bei dir Das weißt du, ne? Ja, warte, warte Ich korrigiere das gerade Oh, Mann, nicht geschafft Sorry, aber Das ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert Oh, Mann, und mich ist schon wieder so schlecht Dave, konzentrier dich doch mal Was ist denn los? Also, so warst du noch nicht mal am Anfang drauf Das hast du doch ohne Probleme geschafft Oh, irgendwie ist mir schlecht Keine Ahnung, wieso Vielleicht habe ich was Falsches gegessen, oder so Aber ich fühle mich nicht so gut heute Daran kann das vielleicht ein bisschen liegen Aha, papalapa Dave, wir haben im Zirkus für sowas keine Zeit Dir geht's schon gleich besser, keine Sorge Äh, komm, wir versuchen's nochmal Na, das sieht doch schon viel besser aus, Dave Na, habe ich dir doch gesagt Du musst dich nur konzentrieren Ja, kann sein, kann sein Oh, Mann, der arme Dave Ich glaube, ihm geht's echt nicht gut Und der Trainer ist ganz schön hart mit ihm Dave, wir haben doch gerade erst angefangen Wo willst du hin? Äh, ich komme sofort Ich muss nur ganz, ganz kurz auf Klo Ich muss pipi Dave, alles in Ordnung? Was ist denn? Ja, ja, alles gut, alles gut Ich komme sofort Also, ich glaube, Dave geht's wirklich nicht gut heute Vielleicht ist es besser, wenn er jetzt nicht weiter übt Ja, geht wohl leider nicht anders Naja Ihm ist das wirklich total wichtig Ihm geht's einfach wirklich nicht gut Ich kenne Dave Oh, Mann, oh, Mann Oh, Mann, oh, Mann Was ist nur los? Ich glaube, ich hätte die Spiegeleier heute nicht essen sollen Oh, Mann, mir geht's gar nicht gut Dave, alles in Ordnung? Musst du brechen? Ich glaube schon Ach, armer Dave Dave, du kannst auf gar keinenериif weiter trainieren Du hast dich überanstrengend die letzten Tage. Ich glaube, das war ein Spiegelein. Dave macht sich so viel Stress. Und bestimmt hat er irgendwas Falsches gegessen. Auch manche der Arme. Der kann hier heute nicht weiter üben. Ich glaube, alles ist raus jetzt. Oh Mann, oh Mann. Guck dir mein T-Shirt an. Das gibt Ärger. Dave, mach dir keinen Stress. Du wirst auf gar keinen Fall heute weiter üben. Ich muss aber weiter üben. Du schaffst das auch so. Du musst dich jetzt ausruhen. Okay, du hast ja recht, Hannah. Dave, geht es wirklich nicht gut. Ich bringe ihn jetzt nach Hause. Okay, alles klar. Nicht schlimm, nicht schlimm. Sag ihm, wir sehen uns, wenn es ihm besser geht, morgen wieder. Komm, Dave, ich bringe dich jetzt nach Hause. Bist du sicher? Komm, wir gehen ganz langsam. Lieber nicht, lieber nicht, Hannah. Ich bleibe lieber hier. Ich muss noch üben. Der Auftritt muss einfach perfekt werden. Ich darf es nicht verpatzen. Dave, der wird perfekt. Quatsch, du gehst jetzt nicht zurück. Mann, ey, okay. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Du rufst dich aus. Ab ins Bett. Danke. Hm, heute geht es mir irgendwie gar nicht gut. Ich fühle mich komisch. Ich gehe lieber zu Mama und sage, dass ich krank bin. Hey, Emma, guten Morgen. Wir haben eine tolle Überraschung für dich. Richtig toll. Weißt du was? Überraschung? Ja, genau. Und zwar, Mama hat uns erlaubt, auf den neuen Spielplatz zu gehen. Auf den neuen Spielplatz. Und das ganz alleine. Ohne Mama. Ist das nicht toll, Emma? Freust du dich gar nicht? Doch. Ich will so gerne auf den Spielplatz. Aber wenn ich krank bin, darf ich nicht. Dann sage ich lieber gar nicht, dass ich krank bin. Okay, wir können eigentlich nicht los. Wir müssen eigentlich nur noch frühstücken, Emma. Oh nein. Wie, willst du nicht frühstücken? Ich habe keinen Hunger. Sollen wir direkt los, oder was? Ja. Wenn ich jetzt was esse, dann muss ich bestimmt spucken. Und den Puppenwagen nehmen wir auch mit. Okay. Guten Morgen, Mama. Hallo, ihr drei. Und, Emma? Freust du dich? Es geht zum Spielplatz. Ja, ganz toll ist die Überraschung. Emmalein, aber erstmal trinkst du deinen Kakao, bevor es zum Spielplatz geht, okay? Wir wollen direkt los. Wir haben keinen Hunger. Ich möchte nicht, Mama. Doch, Emma, da kommst du nicht drum rum. Du musst auf jeden Fall auch was trinken. Also los. Normalerweise liebe ich Kakao, aber heute nicht. Emma, ich habe noch eine Überraschung für dich. Du willst ja immer mit meinem Skateboard fahren, ne? Heute darfst du mit meinem Skateboard fahren. Ist das nicht toll, Emma? Danke, Julian, aber du kannst auch damit fahren. Nein, nein, heute darfst du die ganze Zeit damit fahren. Mir wird schon ein bisschen schlecht wieder. Ja, da sind wir schon, Emma. Emma, warum wolltest du denn nicht mit Julia ein Skateboard fahren? Du willst doch sonst immer. Stimmt. Heute hatte ich nicht so Lust irgendwie. Okay, okay, na egal. Kommt, wir gehen auf den Spielplatz. Ja, heute sind hier nicht so viele Kinder. Wir haben Glück. Oh, super. Wir können alles ausprobieren. Und wir können ganz viel spielen. Ja, das ist doch super, oder nicht, Emma? Dann können wir ganz lange hierbleiben heute. Toll. Kommt, wir gehen als erstes hier auf das Karussell. Das dreht sich super schnell. Da wird einem richtig schwindelig und auch voll schlecht. Ja, das macht Spaß. Emma, du kannst dich auch hinsetzen. Na gut. Geht doch schon mal ohne mich auf das Karussell. Nein, nein, Emma, wir wollen jetzt zu dritt. Das ist hier, das ist deine Überraschung. Und wir wollen alles mit dir spielen heute. Komm drauf, setz dich. Sofort. So, und jetzt gut festhalten alle. Wir drehen uns richtig schnell jetzt. Oh, oh. Juhu. 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 Wow. Das ist so schnell. Oh, wie schnell ist das? Oh, mir wird schon richtig schlecht. Mir ist total schwindelig und übel. Emma, ist alles okay? Was ist los? Ja, ist schon gut. Ist alles gut? Ja, dann steh schnell auf. Ab auf die Schaukel. Yeah, komm, Emma, komm. Du darfst als erstes drauf. Okay. Schaukeln? Wenigstens dreht sich das nicht. Mir ist schon ganz schlecht und ich habe Bauchweh. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Okay, Emma, festhalten, okay? Boah, Emma, du bist voll hoch. Ich gebe dir ganz doll Anspruch. Ich kann nicht mehr, mir ist so schlecht und ich habe so Bauchweh. Hey, Hannah, ist dir auch was aufgefallen bei Emma? Die ist irgendwie komisch. Ich glaube, die freut sich nicht über die Überraschung. Ja, vielleicht wollte die ja doch auf den anderen Spielplatz oder so. Ganz komisch. Hey, 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 Emma, alles in Ordnung? Ja, alles gut. Steh auf. Emma, wenn du keine Lust hast, ist das okay. Dann gehen wir mal nach Hause. Ja, also, wenn dir der alte Spielplatz besser gefällt, dann können wir auch da hin. Ich habe ganz viel Lust. Ja? Komm, lass uns noch die anderen Sachen ausprobieren. Komm, auf die Rutsche. Anna, irgendwas stimmt doch mit Emma nicht. Die verheimlicht doch irgendwas vor uns. Ich glaube, ihr gefällt der neue Spielplatz gar nicht. Aber dabei war das doch so eine tolle Überraschung. Ich habe sie sogar mit meinem Skateboard fahren lassen. Oh Mann, ey. Ich fand echt komisch. Los, ihr lahmen Enten. Ich bin die schnellste. Ja, willkommen. Du, Emma, sollen wir nicht vielleicht zu zweit rutschen? Nein, ich kann das schon. Ich bin groß. Ich kann das. Okay. Hannah wartet dann auch unten, ne? Mhm. Achtung, da unten. Ganz vorsichtig, Emma. Emma kommt. Vogel im Anflug. Gut gemacht, Emma. Oh, oh. Ich muss ganz dringend auf Toilette. Hannah, ich möchte... Was ist das? Ich möchte nach Hause. Ich möchte zu meinen Spielsachen und zu Mama. Schau mal, schau mal. Ich bin hingefallen. Ich will nach Hause. Oh Mann, ey. Wir gehen lieber nach Hause. Das ist so cool hier. Hä? Hannah, wo will denn Emma hin? Die will unbedingt nach Hause mit ihrem Spielzeug. Wir müssen jetzt nach Hause los. Ihr gefällt es hier gar nicht. Oh Mann. Aber Emma, wo willst du denn hin? Nach Hause, sofort, schnell. Emma, aber guck doch mal. Hier ist auch noch so eine Wippel. Da kannst du doch auch drauf. Nein. Wir müssen jetzt sofort nach Hause. Schnell, schnell, sofort. Ja gut, okay, Emma. Da gehen wir nach Hause. Nach Hause, los. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Hey, Mama. Wir sind schon wieder da. Wir sind schon wieder da. Das war ein kurzer Ausflug. Ich muss weg, ich muss weg. Oh, das ging aber schnell. Hat euch der Spielplatz gar nicht gefallen oder war es da zu voll? Emma, sag du mir doch mal, wie es war. Keine Zeit, Mama. Ich muss sofort nach oben meine Puppen, die Haare kehren. Ich kann jetzt nicht. Uh, das war ganz schön knapp. Jetzt kann ich erst mal hier sitzen. Ich habe so Bauchweh. Du, Emma, du, ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen, weil die Überraschung nicht so gewonnen... Was stinkt denn hier so? Was stinkt denn hier so? Oh, Emma. Emma, mir ist ganz schwindelig. Was ist das? Ich muss die Toilette sauber machen. Ich muss mich hinlegen. Mir ist ganz schwindelig. Hier kannst du nicht schlafen. Emma, Emma, ich wollte noch mal hören. Warum wolltest du denn hier auf dem Spielplatz bleiben? Und, äh, was ist denn hier von Geruch? Und, Julian, was machst du da auf dem Boden? Oh, das ist ja nicht auszuhalten. Mir wird ganz schwindelig. Hey, nicht schlafen. Das könnt ihr bei euch im Zimmer machen. Oh, Emma. Ihr müsst mir bei dem Klo helfen. Was ist das nur? Wie geht das überhaupt? Du bist doch so klein. Ich spülen geht nicht. Und dann dieser Geruch. Mama, Mama, du musst schnell kommen. Julian hat die Toilette verstopft. Und Hannah hat mitgeholfen. Ich war das nicht. Hm, wo bleibt eigentlich der Papa? Ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Papa, Papa, wo bist du? Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin doch da. Wo warst du denn? Ich habe eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Wobei, also so klein ist sie eigentlich nicht. Nee, und zwar, wir verreisen übers Wochenende. Ist das nicht toll? Wirklich, Martin? Mhm. Wow. Das ist ja super. Wo bin ich denn? Cool. So, seid ihr fertig? Mhm. Papa, wo fahren wir denn hin? Ob, 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 Emma, das soll noch eine Überraschung werden. In den Zoo? Nein, 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 noch viel, viel besser. Ich glaube, wir fahren in den Dschungel oder zum Baumhaus. Da war ich auch schon. Und wir passen ja alle nicht in den Porsche. Deswegen habe ich einen Wohn-Ubi gemietet für uns. Na, na, was sagt ihr? Ist der nicht riesig? Cool. Oh, Papa, cool. Können wir den immer behalten? Nein, den haben wir jetzt nur fürs Wochenende. Aber das reicht auch. Martin, das ist ja alles schön und gut. Aber hat das nicht ein bisschen zu viel gekostet, für ein Wochenende gleich so ein Wohnmobil zu mieten? Nein, nein, das habe ich, das, äh, nein, alles gut. Das habe ich von einem Freund, von einem Arbeitskollegen, der vermietet so Wohnmobile. Und das ist alles ganz günstig für uns jetzt. Ach, na gut. Ah, also ich bin super. Ich auch. Darf ich vorne sitzen, Papa? Es geht in den Urlaub auch nur übers Wochenende, egal. Nein, Emma, Mama sitzt vorne. Aber ihr habt hinten ganz, ganz viel Platz. Genau, da könnt ihr es richtig gemütlich haben. So, rein mit euch. So, alle waren angeschnallt? Ja. Okay, dann geht's jetzt los. Boah, das ist richtig cool hier hinten. Ja, und wir haben einen Tisch, an dem wir sitzen können. Das ist ja wie im Wohnzimmer bei uns. Da können wir auch was spielen. Wir können ja spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Der Tisch. Oh Mann. Mama, Papa, wie lange noch? Sind wir schon da? Bestimmt sind wir gleich schon da, oder? Ich denke, das dauert noch eine Weile, Julian. Aber wo fahren wir eigentlich hin? Martin, wie lange dauert das denn noch? Wo geht's denn überhaupt hin? Das dauert noch ein bisschen. Na, lass dich mal überraschen, lass dich mal überraschen. Ich hasse so lange Autofahrten. Oh, Papa, wir sind schon seit einer Stunde bestimmt unterwegs. Sind wir schon da? Geduld, Geduld. Bald sind wir da, bald sind wir da. Keine Sorge, es dauert nicht mehr lange. Oh, hier sind ja überall Berge. Das sehe ich zum ersten Mal. Oh, da geht's ganz tief runter. Und in meinem Ohr, da drückt's schon. Und ich fahr fast aus meinem Kindersitz raus. Hm, irgendwo muss es doch hier sein, oder? Kann ich mich da verfahren, oder bin ich zu weit gefahren? Irgendwann. Oh Mann, wir sind mindestens seit fünf Stunden unterwegs. Ja, das dauert lange. Martin, frag doch einfach mal nach dem Weg. Da draußen stehen noch Leute. Vielleicht wissen die, wo's lang geht. Hallo, guten Tag. Darf ich Sie was fragen? Ja, Servus. Natürlich. Wo geht's denn hier eigentlich zu dieser bekannten Almhütte? Ach, die Almhütte. Da müssen Sie jetzt etwa 500 Meter geradeaus fahren. Dann sind Sie schon da. Hm, sind wir jetzt schon da? Papa redet da draußen mit irgendwelchen Leuten. Oh Mann, ich möchte jetzt da sein. Oh Mann, typisch Papa. Der kennt nie den Weg und der verirrt sich immer. So, alles gut, alles gut. Ich hab noch mal nachgefragt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind gleich da. Und da wären wir schon. So, alle mal aussteigen bitte. Ja. Ja, endlich da. Hallo miteinander. Sie müssen die Familie Vogel sein. Herzlich willkommen. Oh, diese Tiere kenne ich ja sonst noch aus dem Streichelzug. Mäh, das ist ja süß. Eine Ziege. Oh, und die laufen einfach hier frei rum. Das ist ja toll. Und hier ist alles ganz grün. Ja, grüßt euch. Ihr müsst die Familie Vogel sein. Hallo. Na, magst du mich auch? Wollen wir Freunde sein? Guck mal, Julian, da ist auch eine Kuh. Komm mal schnell gucken. Wow, die ist ja groß, die Kuh. Die ist riesig. Die Kuh ist mir ein bisschen zu groß. Ich bleib lieber bei meiner kleinen Ziege. Die mag mich auch. Oh, das ist richtig cool, Frau Papa, dass wir hier hingekommen sind. Ich finde es auch total super und ich frage mich, wo wir hier übernachten. So, heute ist die große Geburtstagsparty von Julian. Also, Emma, wir machen uns einfach mal aus dem Staub, oder? Aber Mama, können wir nicht bleiben? Ich möchte auch auf die Party. Nein, Emma. Die Party mit der Familie ist erst nächste Woche. Heute kommen nur Julians Freunde. Och, Mama, was ist das eigentlich für eine Geburtstagstorte? Die sieht voll aus wie so eine Mädchentorte. Oh, Mann, ey. Ach, Julian, die ist doch wunderschön. Julian, ich weiß gar nicht, was du hast. Die Torte ist wunderschön. Ja, natürlich, weil es eine Mädchentorte ist. Ist ja klar, dass du die schön findest. Och, Mann, Mama, muss das sein? Julian, jetzt mach die Torte nicht schlecht. Die ist echt toll. Und eine andere gibt es nicht. Also, viel Spaß. Julian, wie du weißt, soll ich heute auf euch aufpassen. Ich bin hier die Partyplanerin. Oh, Mann, das wird voll die blöde Party, wenn du dabei bist. Och, Mann, ey. Ich verstehe gar nicht, warum Mama dich hier lässt. Ich bin die beste Partyplanerin, die es gibt. Ja, werden wir noch sehen. Werden wir noch sehen. Ah, Hanna, tolle Partyplanerin bist du. Noch keiner ist da. Überhaupt keiner meiner Freunde ist bisher da. Julian, Geduld. Ich recherchiere gerade noch ein paar coole Spiele für später. Und was, wenn keiner kommt? Ah, ah, es hat geklingelt, es hat geklingelt. Hanna, Hanna, ich mach die Tür auf. Die ersten Gäste sind da. Überraschung. Wow, Leute, ihr seid ja alle da. Wow, cool. Und wow, ich sehe auch schon meine Geschenke. Also, kann ich die jetzt schon aufmachen oder was ist da los? Nein, nein, Julian, jetzt noch nicht, später erst. Ach, Mann, aber ich hab sie doch schon gesehen. Naja, gut, naja, gut. Wollen wir anfangen? So, erstmal herzlichen Glückwunsch, Julian. Oh, danke, danke. Ja, alles Gute. Also, es freut mich, dass ihr alle so gekommen seid. Das ist voll toll. Wir werden eine übelst coole Party haben heute. Und die Party geht jetzt auch direkt los. Folgt mir alle, wir gehen rüber in mein Zimmer. Hanna, wie in dein Zimmer? Was sollen wir in dein Zimmer? Wie wäre es, wenn wir in mein Zimmer gehen? Julian, warte mal ab. Das ist meine Party. Folgt mir einfach alle. Ich hab eine ganz tolle Überraschung. Ich hab schon alles aufgebaut. Ihr könnt hier Singstar spielen. Yeah. Oh, yeah, ich liebe dieses Spiel. Karaoke, ja. Okay, okay, Hanna, ich muss zugeben, echt gut geplant, echt gut geplant. Siehst du, Julian? Sarah und Mia lieben ja Singstar, dieses Karaoke-Spiel. Ich zwar nicht so, aber naja, gut, danke. Ich lasse euch dann mal alleine. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr nicht zurechtkommt mit der Fernbedienung, ruft mich einfach. Ich werd heute die Show moderieren und du bist als erstes dran, Julian. Unser Geburtstagskind beginnt. Hier, bitteschön, das Mikro. Ach, nö, muss das sein, Sarah? Ich als erstes direkt. Ach, ich... Oh, gut, okay, okay. Och, Mann, Leute, ich weiß gar nicht, was ich singen soll. Ich kann doch gar nicht singen. Und ich weiß gar nicht, welches Lied ich jetzt singen soll. Hier, such dir einfach eins aus. Ah, ja, gut. Aber nicht lachen, bitte. Oh, oh, ich kenn den Song gar nicht gut. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Mia. Schwimmen auf dem See. Was ist gar nicht der Text, Julia? Ich singe gerade... Ja, aber ich kann den anderen Text gar nicht. Hey, stopp, stopp, Mia. Was ist denn, was ist denn? Ich singe doch. So sind das nicht gespielt. Wieso denn nicht? Du setzt dich jetzt mal hin, jetzt ist Mia dran. Oh, okay. Ich glaub, du kannst das besser. Versuch du mal den Song, Mia. Ja, gerne. Ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Mia, was ist das denn? So singt man das doch gar nicht. Uuuuh. Au, du brauchst doch nicht das Mikrofon direkt werfen. Julian, du hast richtig gemeint. Au. Du bist blöd von dir. Mia, Mia, tut mir leid. Es war einfach nur so witzig. Tut mir leid, ich konnte den Song doch selber nicht. Mir reicht's, Julian. Ich geh jetzt nach Hause. Oh, bitte nicht. Das ist doch meine Geburtstagsparty. Bitte geh nicht. Bitte, Mia, bleib hier. Okay, dann bin ich jetzt wohl dran. Wa, wa, la, 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 la. Mensch, Mia, bleib doch hier. Warum willst du denn? Lass mich in Ruhe. Ich fand das echt unfair von dir. Ja, aber es war doch einfach nur so witzig. Tut mir leid. Bitte, bleib hier. Na gut, aber wie willst du das wieder gut machen? Ich überleg mir was, Mia. Versprochen. Aber bitte bleib hier. Bitte bleib auf meiner Geburtstagsparty. Ohne dich ist das doch voll doof. Bleib einfach hier, okay? Okay. Ah, da seid ihr ja wieder. Ja, und ich hab Mia wieder mitgebracht. Wir spielen jetzt mittlerweile Flaschen, ähm, Mikrofon drehen. Ah, okay. Also Wahrheit oder Pflicht? Genau. Dann bin ich mal gespannt, wie du das wieder gut machen willst. Vielleicht hier bei dem Spiel direkt? Oh nein, Wahrheit oder Pflicht. Ach, bestimmt, bestimmt will Mia, dass ich sie küsse oder so. Och Mann. So, ich drehe mal als erstes. Auf wen das Mikrofon zeigt... Bitte nicht ich. 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 Och Mann, bitte nicht ich. Och nö. Och Mann, warum bin ich denn jetzt wieder als erstes dran? Ich hab so ein Pech heute. Och Mann. Julian, das Mikrofon zeigt auf dich. Ja, ich weiß, ich seh's, Sarah. Wahrheit oder Pflicht? Hm. Hm. Ich sag Pflicht. Okay, du musst Mia küssen. Och Mann, ich wusste es doch. Och nö, Sarah, Mann. Ich bin schon bereit. Meine Lippen sind schon gespitzt. Komm. War ja klar. Mia, Mia, bist du sicher, dass du das willst? Also ich hab die letzten drei, vier Wochen meine Zähne nicht geputzt. Ach komm, das ist die Aufgabe. Habe los, du bist ein Cycling, Julian. Ich kann auch, Sarah, ich kann auch singen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Bist du bereit, Julian? Ja, ich bin bereit. Kann man dafür bereit sein? Ja. Was ist hier denn los? Julian hat mich geküsst. Oh. Ihr solltet doch Singstar spielen. Oh Hannah, wo willst du hin? Das petze ich Mama. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Sonst bekomme ich Ärger. Überraschung. Hä, hä, wie Überraschung? Ich petze das gar nicht, sondern ich hab ein neues Skateboard für dich. Was, ehrlich? Oh, Hannah, Hannah, das hätte ich jetzt wirklich nicht von dir erwartet. Also, das ist, das ist, das ist echt toll. Das ist ein super tolles Geburtstagsgeschenk. Ich wollte unbedingt ein neues Skateboard. Danke, Hannah, danke. Jetzt, wo du schon dein Skateboard hast, kannst du auch unsere Geschenke dir angucken. Oh, cool. Leute, Leute, das ist die beste Geburtstagsparty, die ich jemals hatte. Ich hoffe, ich hoffe, dieser Tag endet nie. Ich liebe euch, Leute. Na, mein Spatz, wie war es denn in der Kita? Nein, naja, nee, es geht so. War ganz okay, Mama, wie immer. Nicht gut? Doch, aber keine Ahnung. Hm, Julian, was ist denn los? Ich weiß nicht, Mama, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Wo ist denn Hannah? Die ist drüben im Wohnzimmer. Hey, Hannah, na, gibt's schon was Neues von Julius? Julian, ich schaue ständig meine E-Mails nach, aber es ist noch nichts gekommen. Ach, weder von ihm noch von irgendjemand anderem. Ich kann nicht sein. Keine Hinweise. Tut mir leid, Julian. Irgendwie ist unsere Suche erfolglos, aber vielleicht müssen wir einfach geduldig sein. Vielleicht sehen wir ihn einfach nochmal irgendwo auf dem Spielplatz oder so wieder. Ja, okay. Na ja, gut. Ich gehe dann in mein Zimmer, Hannah. Oh Mann, Julian ist echt frustriert, der Arme. Oh Mann, ey, das ist echt doof. Ich habe gehofft, dass wir Julius finden, aber jetzt kann man ihn auch nicht finden. Oh Mann, ey, das ist alles so frustrierend. Das neue Minecraft-Bad kann mich sogar nicht aufmuntern. Heute ist ein blöder Tag. Vielleicht versuche ich es mit ein bisschen Musik. Das kann ja vielleicht helfen. Ach nein, hilft auch nicht, blödes Teil. Keine Lust jetzt, Musik zu spielen hier. Julian, was ist los? Warum machst du so einen Krach? Und warum liegt das Sylofon auf dem Boden? Alles ist so blöd, Emma. Alles ist blöd. Das ist eigentlich traurig, Julian. Ich habe ganz gute Sachen heute gemacht. Ja, was denn zum Beispiel? Ich war mit Mama im Einkaufszentrum und rate mal, wer auch da war. Wie? Ich habe Julius, deinen Bruder, gefunden. Jetzt wirklich? Das ist ja super, Emma. Ja. Und wie hast du das gemacht? Der war im Einkaufszentrum und da habe ich ihn gesehen und mit seinem Papa. Und dann habe ich ihm ganz schnell, als Mama nicht geguckt hat, gesagt, wo wir wohnen und dass er heute vorbeikommen soll. Geht's ehrlich? Das ist ja super, Emma. Klasse. Dass er vorbeikommen soll. Emma, Emma, du bist einfach die Beste. Komm, wir müssen das Hannah erzählen. Komm. Ja. Hannah. Hannah. Hannah, wir haben tolle Neuigkeiten. Was ist los? Neuigkeiten. Emma, Emma, willst du es ihr sagen? Ja, ich habe Julius gefunden. Ja. Super, Emma. Das ist ja kaum zu fassen. Super, Emma. Oh, Julian, ich freue mich so für dich. Ja, das ist echt toll. Und Emma hat ihn sogar eingeladen. Der kommt gleich hier hin. Oh, echt? Mama, Mama, ich bekomme gleich Besuch. Ist das in Ordnung? Gar kein Problem, Julian. Wer kommt denn? Wirst du noch kennenlernen. Okay, ich bin gespannt. Yeah. Julius kommt. Julius kommt vorbei. Julius kommt vorbei. Und das ist super. Oh, oh, es hat geklingelt. Es hat geklingelt. Das muss Julius sein. Julius, ich komme. Julius. Ach man, ich wollte doch aufmachen. Julian, Julius ist schon da. Für meinen Zwillingsbruder. Hey, Julius. Ich freue mich echt, dass du da bist. Hi, Julian. Schade, dass wir uns nach dem Spielplatz nicht mehr gesehen haben. Ich habe dich gesucht, ey. Aber warum? Warum wohl? Weil wir Zwillinge sind. Hannah, schau doch mal. Zwillinge? Ihr seht euch wirklich total ähnlich. Komm, Julius. Du musst meine Mutter kennenlernen. Ich meine, ich meine natürlich unsere Mutter. Komm. Mama, das ist, äh, das ist der Julius. Oh, hallo, Julius. Hallo. Julius? Das muss der Zwillingsbruder sein, von dem Julian immer erzählt. Die sehen sich wirklich unheimlich ähnlich. Mann, oh Mann. Julian, bist du jetzt soweit? Können wir endlich los? Ja, wir können los, Mama. Prima. Dann kann ja der erste Tag im Kindergarten starten. Was, was, Kindergarten? Wie Kindergarten, Mama? Ich bin doch gerade erst sechs geworden und jetzt soll ich direkt in den Kindergarten und nicht mehr in die Kita? Ja, Julian, so war das doch abgesprochen. Ach, Mann. In der Kita sind die kleineren Kinder und jetzt, wo du schon sechs bist, gehst du noch ein Jahr in den Kindergarten und dann in die Schule. Ach, Mama, ich habe keine Lust auf Kindergarten. Da kenne ich niemanden. Und das ist bestimmt... Nein, ich kenne da niemanden. Ich habe da keine Freunde, Mama. Ach, Julian. Das ist bestimmt mega blöd dort. Ach, Mama, bitte. Kann ich nicht in die Kita heute? Julian, warte doch erst mal ab. Es ist nur ein Tag im Kindergarten. Heute ist Schnuppertag. Ach, Mann. Schau mal, Julian, da sind wir schon. Ach, Mama, muss das sein? Müssen wir hier in den Kindergarten? So viele Kinder. Die sind alle ganz nett und die freuen sich bestimmt, die kennenzulernen. Bestimmt, die sind bestimmt gar nicht nett. Hallo, guten Tag. Ich bin Claudia Vogel. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen. Der Julian war letzte Woche schon bei der Vorsorgeuntersuchung für die Schule, habe ich gehört? Das ist richtig. Und ich dachte, weil er jetzt sechs geworden ist, kann er mal in einer Gruppe mit größeren Kindern. Ja, genau, das ist richtig. Also, herzlich willkommen. Ach, du musst der kleine Julian sein. Ja, hi, ich bin der Julian. Und du willst hier heute mal reinschnuppern? Ja, muss ich ja. Ja, sehr schön. Du musst hier hin, hast du gerade gesagt? Ja, ich möchte viel lieber in die Kita wieder. Da sind meine ganzen Freunde. Hier kenne ich niemanden. Ach, Julian, hier sind auch ganz nette Kinder. Schau dich doch erst mal heute um. Und wenn es dir dann nicht gefällt, kannst du immer noch zurück in deine Kita. Wie? Hier sind nur drei Kinder? Was ist das denn hier? Oh Mann. Also, wenn ich hier mal Quatsch mache, dann bin ich ja sofort dran. Dann werde ich ja direkt erwischt. Oh Mann, dieser Kindergarten, der regt mich jetzt schon auf. Na gut, ich würde mich dann auf die Socken machen. Genau, Frau Vogel. Dann einfach heute Nachmittag Julian wieder abholen. Ach, ihm wird das hier schon gut gefallen. Machen Sie sich keine Sorgen. Falls irgendwas sein sollte, einfach anrufen. Mama, was machst du da? Gib der Mama doch ein Küsschen, Julian. Oh, nee, nicht hier vor den anderen. Das ist voll peinlich. So, tschüss, Mama. Tschüss. Oh Mann, wie soll ich diesen Tag hier nur überstehen ohne Mia und Sarah? Oh Mann, das kann was werden hier. Julian, nimm doch erst mal deine Tasche ab und mach es dir ein bisschen gemütlich. Ja, gut. So, Julian, das ist unsere kleine, aber feine Kindergartengruppe. Das sind alles Kinder, die nächstes Jahr in die Schule kommen, genau wie du. Und ja, lernt euch erst mal kennen. Okay. Also Kinder, das hier ist der Julian. Der ist gerade sechs geworden und hat heute hier seinen Schnuppertag. Hi. Hey, ich bin Madleen. Hey, Madleen. Du hast eine echt coole Kette, muss ich sagen. Danke. Hi, ich bin der Ronny und ich mag Hunde. Oh, hi Ronny. Ja, ich sehe es. Cooler Hundepullover da. Hey Julian, ich bin Ines. Hi. Vielleicht hast du ja Lust, mal mit mir eine Runde zu reiten. Okay, okay, vielleicht später, keine Ahnung. So Julian, die anderen Kinder hast du jetzt kennengelernt. Jetzt führe ich dich mal hier rum. Okay. Bei uns ist es echt schön. Also Julian, das ist unsere Bastelecke. Hier kannst du immer malen, basteln, mit Wasserfarben oder mit Buntstiften, aber bitte die Stifte alle hinterher wieder hier in den Behälter reinstehen. Okay, okay, okay. So Julian, und das sind unsere Spielsachen. Wie, mehr habt ihr hier nicht im Kindergarten? Das war's, oder wie? Das ist doch eine ganze Menge. Und unseren Spielplatz mit Schaukel- und Klettergerüst hast du sicher auch schon entdeckt. Okay, der sieht echt cool aus, muss ich sagen. Komm Julian, ich zeige dir auch mal, wie es drinnen aussieht. Okay, ich komme. Na, da bin ich aber gespannt. Der Spielplatz sieht ziemlich cool aus, aber die haben hier voll wenig Spielzeugen und auch diese Malung-Bastelecke war jetzt nicht so toll. Ich hoffe, drin sieht es ein bisschen besser aus. Na, dann mal rein spaziert, Julian. Komm mal hinter mir her. Ja, Achtung, die Tür. Wie? Das ist alles? Mehr gibt's nicht, oder was? Schön hier, oder? Ach ja, geht so. Jetzt kennst du alles, Julian. Jetzt kannst du dich ganz frei bewegen und mit den anderen Kindern spielen. Okay, mache ich. Und in sechs Stunden holt deine Mutter dich wieder ab. Was? In sechs Stunden? Oh Mann, das kann was werden hier heute. Ich vermisse alle. Ich vermisse Mia, Sarah und ich vermisse sogar Brigitte. Oh Mann, ey, ich will zurück in Nikita Sonnenschein. Oh, das ist aber ein schönes Bett. So gemütlich. Ich möchte auch so eins haben. Wenn ich ganz lieb frage, bekomme ich vielleicht auch so ein Bett. Oder ich darf hier mal schlafen bei Julian im Zimmer. Ich will auch mal das ausprobieren. Lass mich mal auch hoch, Emma. Hannah, du darfst auch hoch. Hier ist auch noch Platz für dich. Okay, ich komme. Schön hier, ne? Ja, sehr schön. Und gemütlich. Aber er hat für Jungs geeignet. Hör, was ist denn das? Wo kommt das hier? Everybody was Kung Fu fighting. Those kids was fast as lightning. Ist das Julian, der das singt? Ja. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ach, vielen Dank für den Applaus. Ja, ich weiß, ich kann super singen. Danke, danke. Jetzt kommt der nächste Song. Den widme ich meiner Mama. Wow, 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 wow. Was wollt ihr denn hier? Singst du? Wie, was? Nein, äh, sing? Die haben zu Geräusche gehört. Warst du das? Nein, nein, das kommt ab und zu von der Dusche. Das klingt dann so, als ob jemand singt, glaube ich. Also ich singe hier nicht. Ich würde doch niemals unter der Dusche singen. Nein, das war ich nicht so. Raus mit euch, raus hier. Raus, habe ich gesagt. Ich will hier duschen. Kann man hier noch nicht mal in Ruhe duschen bei der Familie Vogel? Julian, sing ganz schlimm. Mit der Stimme wirst du singen, Popstar. Das war ich nicht. Raus mit euch, Hannah Emma, raus jetzt. Ich habe keine Lust auf euch. Das schlägt mich, du. Oh Mann, das war knapp. Mich soll keiner singen hören. Aber ganz ehrlich, ich habe eine echt tolle Stimme. Ich verstehe gar nicht. Ich könnte Popstar werden. Julian kann gar nicht singen. Da hast du recht. Komm, lass uns einfach spielen. Who let the dogs out? Who, 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 who let the dogs out? Ich höre es schon wieder. Da singt jemand. Vielleicht ist das Papa. Genau, komm, wir gehen mal nach unten. Papa? Ja? Kannst du mal was singen für mich und Hannah? Singen, aber... Wir wollen mal hören, ob du gut singen kannst. Ja, sing doch mal was für uns. Wieso denn jetzt? Nur so. Gut, okay, okay. Ja, ihr habt Glück. Ich habe eine echt tolle Stimme. Ich singe was für euch. Okay, okay. Dann hört mal ja zu. Also das ist echt ein Klassiker. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Oh nein. Papa singt furchtbar. Mädels, was soll das denn? Also ich finde, das ist ein echter Klassiker. Hallo? Ich hätte sonst noch diesen Song. Hey! Oh nein! Hey, Baby! Mama! Das war noch schlimmer, als das wir eben gehört haben. Stimmt. Aber da singt schon wieder jemand. Who let the dogs out? Wer ist das? Mama, warst du das? Mama, hast du gesungen? Nein, ich habe nicht gesungen. Ich mache gerade Julia ins Bett fertig. Wieso fragt ihr? Wir hören immer so Stimmen und wir wollen mal hören, ob du singen kannst. Kannst du was für uns singen? Was singen? Mal überlegen. Ja, also. Atemlos durch die Nacht. Ah! Nein! Aha! Ich weiß gar nicht, was die beiden haben. Ich habe eine engelsgleiche Stimme. Ich kann wunderbar singen. Vielleicht kam die Musik aus dem Radio. Vielleicht singt Daniel. Vielleicht singt wirklich keiner. Oder draußen. Genau, vielleicht draußen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ich habe wieder was. Das kommt auf jeden Fall aus dem Badezimmer. Ja, das singt Julian immer, dieses Lied. Das ist sein Lieblingslied. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to? Move it! Wow, wo seid ihr denn auf einmal gekommen? Du hast die ganze Zeit gesungen, Julian. Wir haben mich auf Fröschertat ertappt. Wir haben das gehört. Oh mein, oh mein. Doch. Hallo, wir sind Hannah, Emma und ich bin der Julian. Julian? Äh, Julian? Was denn? Du hast keine Hose an und auch kein Oberteil. Ja und? Sollte wieder Tag der Unterhose an? Nein, nein, ich habe doch nicht meine Unterhose an. Das sind meine Badehosen. Ich wollte eigentlich schwimmen gehen, aber jetzt wollten wir hier das hier machen. Deswegen, macht einfach weiter. Wir machen weiter. Wir haben heute etwas ganz Lustiges für euch. Wir haben zehn Dinge, die man nur kennt, wenn man Geschwister hat. So wie hier, Emma und Julian. Was soll das denn heißen? Ich habe zwei Geschwister. Ich auch und zwar Emma und Hannah. Doch, du bist doch auch meine Schwester. Hannah ist meine Schwester. Naja, wir fangen mal an. Oh, ich bin heute so voll. Das spare ich mir für morgen auf. Das stelle ich einfach hier rein und morgen, wenn ich aus der Schule wiederkomme, dann esse ich das. Soll ich vielleicht einen Zettel mit meinem Namen dran machen? Ach nee, ich glaube, das ist nicht nötig. Das ist albern. Das werden schon Emma und Julian und Papa und Mama nicht wegessen. Oh, Emma. Emma, ich habe voll Hunger. Mein Magen, mein Bauch. Ja, ich auch. Das krummelt. Sollen wir vielleicht in den Kühlschrank gucken? Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Oh Mann, das ist ja toll. Emma, guck mal. Mh, Würstchen. Lecker. Emma, Emma, was willst du denn essen? Die Würstchen, oder? Ja, mit Ketchup. Okay, okay, dann nehme ich dieses Steak hier. Aber das gehört nicht irgendjemandem, ne? Nein, sonst wird es ja nicht im Kühlschrank. Nein, wir dürfen alles essen, was im Kühlschrank ist, sagt Mama. Guten Appetit. Oh, ich habe ein bisschen Hunger. Ich glaube, wir haben nichts da, oder? Doch, doch. Ich habe doch gestern noch meinen Teller in den Kühlschrank gestellt. Au ja. Oh nein, das gibt es doch nicht. Emma, Julian. Wo willst du hin, Julian? Wie? Du willst auch nicht ins Badezimmer, oder? Natürlich will ich ins Badezimmer. Was denn Sorgen? Hey, hey, lass mich. Nein, ich gehe als erstes. Hannah, Hannah, lass das. Ich gehe als erstes. Du musst schon die ganze Zeit gehen. Nein, aber ich habe jetzt schon das Handtuch und so. Ich gehe als erstes ins Badezimmer. Hannah, lass mich. Hannah, lass mich. Ich muss als erstes ins Badezimmer. Ich bin dran. 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 Emma, von wo kommst du denn jetzt? Oh Mann, ist das klasse. Das hier ist noch von meinem Geburtstag übergeblieben. Ich werde jetzt hier diese kleine Torte alleine essen. Ja, aber nicht, dass Emma und... Ich muss ruhig sein. Nicht, dass Emma und Hannah was davon merken. Ich habe so Hunger. Ich rieche was. Was ganz Leckeres. Oh, Emma, hi. Ich habe doch gewusst, dass du was Leckeres hier unten hast. Ja, ja. Torte. Willst du auch was? Ich liebe Torte. Willst du auch was, Emma? Oh ja, komm, setz dich. Oh Mann. Ja gut, aber Emma isst ja nicht so viel. Das geht ja noch. Aber Hannah und Mama und Papa, die möchten vielleicht auch was. Ach nein, sag dir bitte nicht Bescheid. Doch. Och Hannah, du guckst schon den ganzen Tag. Kann ich jetzt nicht mal an den Laptop hier? Ich möchte auch. Nein, Emma, ich bin als erstes jetzt. Nein. Wisst ihr was, Leute? Ich bin jetzt dran. Hannah, wohin willst du denn mit dem Laptop? Und deswegen nehme ich den Laptop jetzt mit. Das ist unfair. Und das ist voll unfair, ja. Nein, wenn ich den Laptop nämlich hier lassen würde, dann mach dir einfach irgendwas anderes an. Und ich will gucken. Och Mann. Aber ich möchte eine Folge gucken von meiner Serie. Emma, Emma, guck mal jetzt. Du, du, Hannah, Hannah. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wie... So siehst du aus. Guck mal, guck mal, wie hässlich. Wie siehst du aus? Oh Mann, oh Mann. Hannah, siehst genauso aus wie du. Das stimmt gar nicht, Julian. Ich seh nicht so aus. Ha ja, Julian und dieser Bär da, dieser Grizzlybär, der sieht aus wie du. Und der stinkt auch bestimmt so wie du. Hey, 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 das geht jetzt ein bisschen zu weit. Hallo, hallo. Stinke Bär, Stinke Bär. Heute sitze ich vorne. Ich sitze vorne. Nein. Hannah, was willst du? Ich sitze vorne. Julian, ich bin die Älteste und ich bin auch am Größten. Ich sitze vorne. Nein, ich sitze vorne. Die Kleinen müssen hinten sitzen. Nö. Aber ich darf vorne sitzen. Nein, ich sitze vorne. Mit meinem Kindersitz. Nein. Doch. Oh Mann, oh Mann. Ich habe wieder so einen Hunger. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich gehe mal nach unten. Vielleicht finde ich was. Oh ja. Es gibt mal wieder eine Torte. Aber es hat doch keiner Geburtstag. Ach ja, ach ja. Mama wollte ja für eine Freundin eine Torte machen. Vielleicht probiere ich mal was. Nur hier ein bisschen von der Sahne hier. Oh oh. Oh Mann. Das war nicht geplant. Ich verschwinde lieber schnell. Oh Mann, aber ich bekomme bestimmt voll Ärger, wenn Mama das erfährt. Weil sie sofort weiß, dass ich das war. Aber vielleicht. Ah, ich weiß. Emma. Emma, kommst du mal? Was ist? Julian, wo bist du? Oh. Torte. Aber warum liegt die hier? Ich probiere mal, ob die schmeckt. Oh oh. Emma, was machst du da? Warum hast du die Torte runtergeworfen? Emma, du hast die ganze Torte kaputt gemacht. Los, auf dein Zimmer. Mama ist wirklich sauer jetzt auf dich. Aber warum? Ich würde die Torte nur probieren. Die lag hier schon. Ich war das nicht. Emma, Emma. Ich brauche das Spielzeug jetzt. Nein, das ist mein Teddy. Nein, ich brauche das jetzt. Der gehört zu mir. Emma, Emma, verschwinde jetzt. Ich brauche das. Nein, das ist mein Teddy. Weg hier, weg, weg. Sonst muss ich dich noch wegschubsen. Aua. Du brauchst ja jetzt nicht zu heulen. Oh oh. Das sage ich Mama. Oh oh. Emma, 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 sei leise. Sei leise. Tut mir leid. Tut mir leid. Du kannst den Teddy hier haben. Sei leise, bitte. Oh man, ich möchte schon wieder ein Eis. Aber wir waren gestern schon Eis essen. Und wenn ich jetzt wieder frage, dann kriege ich wieder nur Ärger. Aber ich könnte ja Emma schicken. Die könnte ja fragen. Hey, hey Emma. Ah, du, du, hättest du nicht Lust auf ein Eis? Ja, Eis. Wirst du vielleicht nicht Mama fragen? Ich frage. Und Emma, frag mal nach einem Schokoladeneis bitte. Schokoladeneis? Ja. Ich mag kein Schokoladeneis. Ist doch egal. Jetzt frag danach. Los. Oh, na gut. Hallo meine Kleine. Mama, ich möchte was fragen. Also Julian will Schokoladeneis. Und er hat gesagt, ich soll dich fragen. Und darf Julian Schokoladeneis? Aber ich möchte kein Schokoladeneis. Ich möchte Erdbeereis. Julian, kommst du mal eben runter? Oh nein, nein, Emma. Och Emma, was hast du nur gemacht? Du solltest meinen Namen doch nicht sagen. Och nö. Wollen wir gleich die Hausaufgaben machen? Dann können wir gleich spielen. Ja, können wir eigentlich machen. Ich sag nur kurz Julian und Emma hallo, okay? Okay. Hey ihr beiden. Na, wie geht's? Emma, alles gut? Ja, hallo. Hi Dave. Also, ganz ehrlich. Eins wollte ich euch schon seit längerem sagen. Hm? Ihr seht euch echt ähnlich. Nein. Was? Doch, doch. Also, ich muss sagen, Hannah sieht euch nicht so ähnlich. Aber ihr beiden? Unfassbar ist das. Nur weil wir rote Haare haben? Na, kennt ihr das auch? Habt ihr vielleicht auch Geschwister? Und habt ihr die eine oder andere Situation schon ganz häufig erlebt? Ja, vor allem, wenn man große Geschwister hat. Die sind ganz gemein zu einem dann. Ja, ist ja gut jetzt. Keine Geschwister. Sind wir jetzt durch? Ich muss jetzt ins Badezimmer. Nein, aber ich muss aufs Klo. Ja, kannst du gleich. Na ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Ja. Und schreibt in die Kommentare, was eure Geschwister so machen mit euch. Du, Mama, kann ich die neue Badewanne ausprobieren? Ich hatte einen mega anstrengenden Tag in der Kita. Es war voll stressig. Okay, ja, probier das ruhig aus. Und die ist ja auch mega groß, glaube ich. Vielleicht kann ich da drin ja auch schwimmen, wie im Swimmingpool. Oder, Mama? In der Badewanne schwimmen? Julian, die Badewanne ist viel zu klein zum Schwimmen. Dafür ist der Pool gedacht, aber dafür ist es noch viel zu kalt. Oh Mann. Mia und Sarah und auch Brigitte, die haben mich heute voll aufgeregt. Vielleicht nehme ich mir zur Berührung so einen Tee mit. Ja, ja, den nehme ich mir mit. Was riecht denn hier so? Auch ein bisschen verbrannt oder so. Ist Mama am Kochen oder so? Tut mir leid, Junge. Ich glaube, du solltest hier die nächsten 15, 20 Minuten nicht rein. Na ja, tut mir leid. Papa. Boah. Aber wenn ich jetzt rausgehe, dann komme ich hier gar nicht mehr ins Badezimmer rein. Dann will bestimmt Hannah rein und dann Mama und dann Emma bestimmt. Deswegen. Aber wo soll ich denn jetzt meinen Becher hier hinlegen? Ich tue es hier einfach auf die Toilette. Aber ich glaube, ich hole mir den Tisch von Hannah. Ja, das mache ich. Du, du, Hannah, kann ich deinen Schreibtisch haben, bitte? Nur ganz, ganz kurz. Auf keinen Fall. Was hast du denn vor, Julian? Gar nichts, gar nichts. Den bekommst du auch wieder heile zurück. Versprochen. Ich brauche den nur ganz kurz im Badezimmer. Ich bringe ihn dir gleich wieder. Wenn du ihn gleich wiederbringst, ist das okay. Ja, gut. So machen wir das. Kannst du ihn dir einfach mitnehmen. Ja, mache ich. So, jetzt kann ich endlich mal ins Bad, mein entspanntes Bad hinnehmen. Hä? Aber, aber irgendwas fehlt doch hier. Wo, wo kommt denn das Wasser raus? Hä? Oh Mann, ich glaube, ich werde es bereuen. Aber Papa, Papa, kommst du mal bitte? Ja, Julian? Wow, wow. Hier, hier stinkt es. Aber warst du das, Julian? Papa, Papa, das warst du. Ach ja, stimmt. Papa, dreh dich mal um. Fällt dir vielleicht was auf? Äh, was denn, Julian? Das ist unsere neue Badewanne. Was soll mir da auffallen? Äh, Papa, wo kommt denn das Wasser raus? Oh, oh. Ja, ja, du hast recht. Einen Moment. So ist doch okay jetzt, oder? Ja, danke, Papa. Mama, oh Mann, tut das gut. Aber Mama hatte recht, so groß ist die Badewanne dann doch nicht. Aber ich, ich kann mich ja hier ein bisschen entspannen. Jetzt weiß ich, was Mama hier immer macht. Oh toll, ich möchte auch baden. Mama, nein, 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 Emma, nein. Du hast auch noch deine Klamotten an. Nein. Emma, was machst du da? Ich springe und du musst nicht aufstehen. Nein, runter vom Tisch, das ist gefährlich. Ich ruf sonst Mama. Mama. Emma, was machst du da? Und was macht der Tisch hier im Badezimmer? Mama, erkläre ich dir später. Kannst du Emma bitte mitnehmen? Die will hier in die Badewanne springen. Na gut, komm, Emmerlein. Komm mit Mama mit. Aber Mama, ich möchte auch baden. Heute nicht, Emma. Vielleicht ein andern Mal. Oh, endlich. Oh, endlich kann ich hier ein bisschen entspannen. Oh, das tut so gut. Äh, Julian, ach, du bist noch am Baden. Okay, äh, ganz kurz. Ich muss nur kurz aufs Klo, Julian. Och, Papa. Papa, was hast du denn? Ich bin jetzt im Badezimmer. Was wollt ihr eigentlich alle? Äh, Julian, ich hab halt ein bisschen, äh, Magen-Darm-Probleme. Ich weiß gar nicht, was so schlimm ist. Also, es ist, es ist, ach, Mann. Julian, Julian, ich verspreche auch, es wird diesmal nicht so stinken. Papa, raus, raus hier. Oh, Mann. Man hat hier gar keine Ruhe. Ja, jetzt, jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger. Ich hoffe, jetzt kommt nicht Hanna oder so. Wo ist Julian eigentlich mit meinem Tisch? Der wollte den auch sofort zurückbringen. Ich muss jetzt zeichnen und brauche eine Unterlage. Julian, wo bist du? Wo bist du mit meinem Tisch? Julian! Oh, 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 wo bin ich? Wo bin ich? Bist du eingeschlafen, Julian? Oh, ja, 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 ich bin, glaube ich, eingeschlafen. Das ist so gefährlich, in der Badewanne zu schlafen. Und, Julian, geht's hier wieder besser? Ja, ja, ja. Du hast dich echt erschreckt, oder? Ja, voll. Gut, dass du gekommen bist, weil, was wär dann wohl passiert? Oh, Mann, bin ich froh, dass ich dich gefunden hab. Ja, naja, ich geh jetzt in den Pool. Was? Oh, Mann. Der ist echt verrückt, Julian. Jetzt geht er in den Pool?